Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, ihr seht es schon, ich bin nicht bei mir zu Hause, sondern ich bin in der Karibik, um genau zu sein, nicht auf irgendeiner Insel, sondern, ich weiß nicht, ich glaube, man kann es erkennen, ich bin auf einem Segelschiff. Zusammen mit Ocean College. Ich wurde von Ocean College eingeladen, 10 Tage in der Karibik zu verbringen, auf einem Segelschiff, mit allem drum und dran. Wer Ocean College nicht kennt, gar kein Problem. Ocean College ist quasi wie ein Auslandsjahr, aber halt auf einem Segelschiff. Und zwar reisen 32 Schüler plus Crew und Lehrer sechs Monate lang von Westeuropa in die Karibik und dann auch wieder zurück und erleben währenddessen natürlich super viele tolle Sachen. Sie haben auch nebenbei Schule, also das ist wie gesagt einfach wie ein Auslandsjahr, beziehungsweise ein Halbjahr natürlich, aber man lernt da eben ganz, ganz andere Dinge. Man lernt irgendwie Verantwortung zu übernehmen, man muss das Schiff mal steuern. Man muss zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, das... Ah doch, da guck mal. Da sieht man gerade, wie hier jemand am Mast hochklettert. Man muss eben auch solche Sachen machen, wie den Mast hochklettern, mal die Segel pissen oder mal umstellen oder so. Heute werde ich euch eine kleine Tour auf diesem Segelschiff geben, obwohl das Schiff nämlich gar nicht so groß ist, ist hier ziemlich viel Platz und ziemlich viel untergebracht. Und ich würde einfach mal sagen, ich nehme euch jetzt mal mit aufs Schiff. Hier vorne, wo ich gerade stehe, das ist das sogenannte Frontdeck. Das ist relativ klein, hier ist auch eigentlich nicht wirklich was. Hier vorne könnt ihr, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich war hier selber erst, glaube ich, zweimal. Das ist, glaube ich, der Anker, also hier wird er runtergelassen. Sonst ist hier aber tatsächlich gar nichts, nur noch so eine Glocke, die klingel ich jetzt mal lieber nicht. Das mittlere Deck ist auch das sogenannte Welldeck. Hier seht ihr im Hintergrund sind einfach so ein paar Bänke und sowas. Da können zum Beispiel die Schüler dann draußen hier mit Ozeansicht an ihre Hausaufgaben machen. Manchmal muss man auch das Deck schrubben, wenn man Pech hat. Außerdem gibt es hier täglichen Meetings, wo man irgendwie über die aktuelle Lage erfährt. Also zum Beispiel, ob man schneller fährt als geplant, ob man langsamer ist. Man kriegt dann eine Karte gezeigt, wo wir gerade sind und sowas. Und am Ende gibt es manchmal noch ein bisschen Anschiss für irgendwelche Sachen, die nicht so funktionieren, wie sie sollten. So, gehen wir mal eins höher und zwar auf das sogenannte Poopdeck. Das ist das Poopdeck. Man schreibt es genauso wie Kacke. Auf dem Poopdeck ist zum Beispiel unser Beiboot. Damit fahren wir immer an Land, wenn wir zum Beispiel nicht in der Bucht halten, sondern eben vor der Bucht und damit transportieren wir dann die ganzen Schüler und Crew und sowas an Land. Das hier sind die Rettungsboote. Die sind auch irgendwie, ich habe nicht ganz verstanden, wie die funktionieren, aber die fallen auf jeden Fall zur Seite raus und dann, wenn es mal sein sollte, kann man da rein. Und hier hinten geht die ganze Steering-Action ab. Ihr seht schon, da ist ein Steering-Wheel. Da sind meine Mitschülerinnen. Ist es okay, wenn ich hier einfach filmen ein bisschen? Das ist... Jetzt fange ich an, Englisch zu reden. Am I allowed to speak German for a little bit? Das ist das Wheelhouse hier. Könnt ihr vielleicht sehen, werden auf der Landkarte Zeichnungen angefertigt. Hier zum Beispiel wird Logbuch geführt, beziehungsweise wir führen immer dieses Logbuch hier. Das ist ein spezielles Ocean College Logbuch. Und ihr seht auch, hier sind super, super viele Instrumente, wo man auch einige Dinge ablesen muss. Das werde ich euch eventuell noch mal ein bisschen genauer erklären, wenn ich dann mal hier meinen Tagesablauf filme. Man darf auch normalerweise hier kein Deutsch reden und man muss, wie man eventuell auch sehen kann, eigentlich immer diese Hanis tragen. Ich hätte eigentlich auch gerade meine Watch. Ich habe Urlaub bekommen. Und genau, man muss eben immer Englisch reden, weil die Crew ist halt komplett Englisch, das ganze Schiff ist Englisch und deswegen muss man Englisch reden. Thank you! Am Steuer wird rund um die Uhr gearbeitet, das heißt, es steht zu jeder Zeit immer jemand am Steuer. Und es gibt dafür immer vier Stunden Schichten, da machen eben die Schüler auch immer mit. Es gibt einmal auch eine Morgens- und eine Abendsschicht, beziehungsweise eine Nacht- und eine Tagsschicht. Meine Schicht zum Beispiel ist von vier bis acht und hätte ich jetzt zum Beispiel nur die Morgenschicht, dann hätte ich eben von vier bis acht morgens immer meine Schicht und müsste dann quasi hier mal steuern und mal gucken, ob irgendwelche Boote irgendwo sind oder so. Und wenn ich dann zum Beispiel die Nachmittagsschicht hätte, dann hätte ich von vier bis acht Nachmittags- beziehungsweise Abend. Ich habe zur Zeit tatsächlich beide Schichten, das ist aber relativ ungewöhnlich eigentlich. Aber so ungefähr läuft das immer ab. Was sagen wir? Was sollen wir sagen? Sag uns mal, was wir sagen sollen. Simon, du musst auch was sagen. Was soll ich denn sagen? Ja, was in seinem Drehbuch da steht. Kannst du die halten? Hast du sie? Nein, hier. Du hast sie. Halb ein. Okay. Ist das schon an? Ihr könnt von eurer Atlantiküberquerung erzählen. Wie war das? Habt ihr alle gekotzt? Nein, die Atlantiküberquerung war sehr gut, oder? Ja, auf der Atlantiküberquerung haben wir nicht mehr gekotzt, da waren wir alle wieder gesund. Ich habe tatsächlich gedacht, dass man auf so einer langen Überquerung am Ende richtig Bock hat, an Land zu gehen und gar keinen Bock mehr aufs Schiff hat. Aber jetzt bei mir persönlich war das eigentlich gar nicht so. Bis darauf, dass man sich endlich mal wieder frisches Essen gewünscht hat und mal wieder mit seiner Familie und seinen Freunden kommunizieren wollte, war es eigentlich echt, hat es echt richtig Spaß gemacht und war echt richtig, also... Abgesehen davon, dass wir Schule hatten, das war nicht so wunderbar. Das hatte ich natürlich nicht, deswegen. Ja, weil Simon ist ein sehr toller Mentor. Ja, stimmt, was machen Mentoren eigentlich? Wir haben acht Stunden Wache, also anstatt vier Stunden Schule, vier Stunden Wache, haben wir acht Stunden Wache und ansonsten shadowen wir viel die Leute vom Schiff, also die Schiffscrew, zum Beispiel den Captain, den Engineer, Bossen und dabei schauen wir uns an, was die machen, können denen so viel wie möglich auch helfen. Ja, und dafür dürfen sie dann abends länger raus für ihre sehr harte Arbeit. Ne? So läuft das. Ich grüße meine Mama, sie wird sehr stolz sein, dass ich auf YouTube bin. Ich möchte ein YouTube-Star werden, also Grüße gehen raus an Apple, YouTube und Audi, falls ihr mich sponsern wollt. Ja. Hier drinnen geht's aber direkt weiter, und zwar ist das hier die Mess. Hier seht ihr, sind viele Tische und da werden unterschiedlichste Dinge dran gemacht, zum Beispiel frühstückt man hier, aber hier wird auch die Schule gemacht, also hier sitzen dann alle mit ihren Schreibzeugs und machen die Schule. Hier vorne ist so ein Whiteboard, hier wurde vorhin Spanisch gemacht. Und hier drinnen, da film ich mal ganz kurz rein, das ist die sogenannte Galley, aka die Küche. Hier wird immer sehr, sehr fleißig gekocht für uns alle. Und da ist der Wasserhahn mit dem Wasser, was ungefähr 30 Grad hat und es gibt kein kaltes Wasser auf diesem Schiff. Wenn man mal hier hinten kurz hinguckt, also hier ist so ein Safety-Ding von diesem Schiff hier, und hier sind noch ein paar andere Zettel, wo zum Beispiel draufsteht, wer wann Wache hält oder auch wer wann seine Wäsche waschen darf und wer duschen darf. Das ist alles sehr, sehr genau hier abgeklärt. So, kommen wir mal hier runter. Das sind nämlich die ganzen Kabinen. Hier zum Beispiel ist meine Kabine, die zeige ich euch gleich. Hier hinten, hier sind die Bäder, beziehungsweise hier ist eine der Duschen. Wie gesagt, hier ganz normale Dusche, hier noch mit so einem Griff, weil man fällt halt umsonst. Da ist ein Klo. Fun Fact, man darf in dem Klo nur drei Blätter Papier zum Abwischen benutzen, weil sonst das Klo verstopft. Genau. So, und das ist dann unser Zimmer. Es ist ein wenig unaufgeräumt. Guckt bitte nicht zu genau hin. Ich werde euch jetzt auch aus Respekt mal die anderen Betten nicht so genau zeigen, aber das hier ist mein Bett. Ihr seht, ja, der Platz ist begrenzt auf jeden Fall. Auch mein Bett ist nicht wirklich aufgeräumt. Und ich liege hier mit den Füßen angestoßen im Bett drin. Also es ist auf jeden Fall eng und so viel Platz ist hier nicht. Aber tatsächlich geht es eigentlich voll. Also wenn man sich mal daran gewöhnt hat, ich hatte mich ziemlich nach der ersten Nacht wirklich daran gewöhnt, geht es eigentlich voll klar. Ist auch relativ gemütlich eigentlich, abgesehen davon, dass man halt die ganze Zeit im Schiff richtig viel rumschwang und dann läuft das Blut immer voll in den Kopf und dann wieder zurück. Und es ist affenheiß hier, weil es hat ja irgendwie um die 80 Grad. Ihr merkt auf jeden Fall, Hitzeschlag ist incoming. Es ist wirklich unnormal heiß hier. Also es hat um die 30 Grad und hier drin unten im Schiff im oberen Stock von diesem Zimmer ist es halt anders heiß. Deswegen, ihr könnt es vielleicht auch sehen. Deswegen halte ich mich hier tatsächlich auch so wenig wie es geht auf. Auch schlafen ist hier teilweise sehr schwierig, aber da zieht man sich dann einfach aus. Ich habe auch, wie ihr seht, keine Decke oder so. Ich schlafe tatsächlich so. Ich habe einfach meine kurze Schlafanzugose an und gehe dann so pennen. Ich hoffe natürlich, ihr konntet einen Einblick in das Schiff bekommen. Ich hoffe, ich konnte euch einige Sachen zeigen. Ein Riesentag geht natürlich an der Stelle raus ans Ocean College für die Einladung. Danke, dass ich hier 10 Tage mit auf der Pelican of London 10 Tage durch die Karibik reisen darf. Wenn ihr jetzt Interesse am Ocean College bekommen habt, dann habe ich euch mal sehr viele Links in die Videobeschreibung gepackt. Da gibt es noch viel mehr Informationen, wenn ihr die haben wollt. Da steht dann auch, wie man sich bewerben kann. Wir sehen uns am Sonntag nochmal zu einem weiteren Video von hier. Da nehme ich euch einen kompletten Tag mit. Das heißt, ich zeige euch, was ich alles mache. Ich zeige euch, wie ich auf der Wache bin. Ich zeige euch, wie ich am Helm bin. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst doch auf jeden Fall ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das freut mich und unterstützt mich sehr. Außerdem ist es natürlich kostenlos. Wir sehen uns dann also am Sonntag wieder zu einem weiteren Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.